Musik Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für Sie zur Reinigung und Pflege von G-Sonic. Nach der Gesichtsreinigung oder Körperreinigung würde ich den Aufsatz immer mit ein bisschen Seife und Wasser sauber machen. Dafür nehme ich den ab und reinige richtig unter dem Wasserstrahl den Bürstenkopf. Gerade wenn man Make-up benutzt hat, ist der sonst verschmutzt. Das Handstück können Sie natürlich auch unter Wasser reinigen, mit einem Lappen abwischen. Genauso die Aufbewahrungsbox und das ganze Set ist einfach zu reinigen. Die Bürstenköpfe halten, wenn Sie die jeden Tag benutzen, bestimmt drei Monate. Wenn Sie aber diesen Aufsatz, diesen Peeling-Aufsatz zum Beispiel einmal in der Woche nur benutzen, haben Sie ein oder zwei Jahre was davon. Die Bürstenköpfe können Sie nachbestellen und auswechseln. Die Batterien, die im Set enthalten sind, können Sie auswechseln oder austauschen. Das sind handelsübliche AA-Batterien, die gibt es also in jedem Geschäft zu kaufen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit der Trisonics und schöne, frische, rosige Haut.